Willkommen zu den Neuerungen in Caneco Implantation 253. Eine große Entwicklungsleistung floss in das automatische Generieren von Schemata. Hier ging die Entwicklung über das klassische Erstellen von Schemata hinaus. Unser Fokus war es nicht nur, automatisch, schnell und effizient verschiedene Schemata zu erzeugen, sondern einen Dialog zwischen Grundrissplan und Schema zu ermöglichen. Hier am Beispiel einer Brandmeldeplanung. Alle Informationen aus dem Grundriss können hier 1 zu 1 ausgewählt und beschriftet werden. Sie bestimmen die Darstellungsvarianten nach Ihren Anforderungen. Mit einem Klick horizontal oder vertikal ausrichten und an verschiedene Formatgrößen anpassen. Ändern Sie Ihre Grundrissplanung auf Knopfdruck in eine 3D-Darstellung und passen Sie die Optik Ihres Schemas automatisch an. Wählen Sie ein Schemaobjekt, um direkt auf den Grundriss zu zoomen. Klicken Sie auf das erzeugte Schema, um direkt ein PDF zu erhalten oder nutzen Sie unsere vordefinierten Ansichtsfenster, um ein Layout zu erstellen. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.